Ich bin Julia und gegen Homophobie. Mein Name ist Rüdiger und ich bin gegen Homophobie. Liebe kennt kein Geschlecht. Deswegen sind wir gegen Homophobie. Hallo, ich bin Claudi vom Kanal 3fachmarm. Die liebe Jule hat dazu aufgerufen, sich zum Hashtag Wir gegen Homophobie zu äußern und ein Statement abzugeben. Meine Meinung ist, jeder darf lieben, wen man möchte. Mann zu Mann, Frau zu Frau, völlig wurscht. Hauptsache, man ist glücklich. Ich finde, jeder hat das pure Glück verdient. Und da ist es doch völlig egal, wen man liebt. Hauptsache, wie gesagt, man ist glücklich damit und zufrieden. Ich möchte, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie für den Menschen akzeptiert werden und geliebt werden, der sie sind. Und dass es überhaupt keine Rolle spielt, wen sie lieben. Frauen, Männer, das sollte völlig egal sein. Wichtig ist nur das hier. Das Herz des Menschen, das Wesen des Menschen, wie er ist, wie er tickt. Und es ist völlig egal, wen er liebt. Homophobie ist intolerant und diskriminierend.